Diese Pluralität, diese Vielschichtigkeit von Perspektiven, wie man Wirtschaft verstehen kann, wird in den Lehrplänen aus unserer Sicht nicht abgebildet. Und hier ist er wieder, euer GWÖ-Podcast aus Bayern. Gespräche über die Gemeinwohlökonomie in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Ute Watzl und heute geht es bei uns mal wieder um das wichtige Thema Bildung. Ich habe jemanden zu Gast, der sich früh über Alternativen zum bei uns vorherrschenden Wirtschaftssystemen Gedanken gemacht hat und nun gemeinsam mit Gleichgesinnten an einem Projekt arbeitet, das alternative Ideen schon ganz früh an die Menschen bringen könnte, nämlich in den Schulen. Hallo Jan Philipp. Hi Ute. Wie verlief denn dein Weg zur GWÖ und konkret in den AK-Bildungen? Also ich habe mich schon als Jugendlicher immer für Alternativen zum kapitalistischen Wirtschaftssystem interessiert und war in die Richtung auch politisch aktiv. Das hing, glaube ich, damit zusammen, dass mir Gerechtigkeit immer sehr wichtig war. Ich wollte das tatsächlich dann auch mal hautnah erleben, wie das so ist, in einer anderen Wirtschaftsform zu leben und deswegen bin ich 2014 während meines Studiums nach Venezuela gegangen. Ich wollte halt wissen, wie es ist im Sozialismus. Ich habe danach auch noch sogar ein Jahr auf Kuba gelebt und dort meine Masterarbeit über die Entwicklung des kubanischen Wirtschaftssystems geschrieben. Ich bin für mich ganz persönlich zu der Erkenntnis gekommen, dass selbst in diesen sozialistischen Gesellschaften mir irgendwas fehlt. Also die entsprachen dann irgendwie doch nicht dem Ideal einer Gesellschaft, was ich mir so vorstelle. Und das war auch eine recht ernüchternde Erfahrung. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe ganz aktiv nach neuen Ideen für alternative Wirtschaftsmodelle gesucht und bin dann auf das Buch der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber gestoßen. Ich habe es, glaube ich, in einem durchgelesen und war direkt Feuer und Flamme. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Ausbildung als Bildungsreferent für globales Lernen absolviert und habe ja auch interkulturelle Kommunikation und Bildung studiert. Und für mich ist Bildung immer noch der effektivste und nachhaltigste Weg für gesellschaftliche Veränderungen. Und ja, deshalb habe ich auch irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, mich im Bildungsbereich zu engagieren und bin dann recht schnell beim AK Bildung der Gemeinwohlökonomie gelandet. Mittlerweile bin ich ausgebildeter Bildungsreferent und Trainer, habe eine Ausbildung zum GWÖ-Berater gemacht und bin jetzt seit Anfang 2023 zusammen mit Sophie Friedl auch in der Koordination des AK Bildung aktiv. Ja, super. Aber nochmal ganz konkret, was hat dich da an der GWÖ überzeugt, was dir in, sag ich mal, in Kuba oder Venezuela gefehlt hat? Also ich finde es halt toll, dass die Gemeinwohlökonomie einen Ausweg aufzeichnet. Häufig machen alternative Modelle, ja, die stoppen quasi bei der Kritik, also die setzen an bei der Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse. Die GWÖ im Gegenzug bietet quasi praktische und ganzheitliche Lösungsansätze und tatsächlich nicht nur für Individuen, sondern auch für Unternehmen und Gesellschaft. Also vor allen Dingen der ganzheitliche Ansatz hat mich überzeugt. Mir persönlich sind Werte wie Menschenwürde und Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Aber die Werte ökologischer Nachhaltigkeit und Transparenz und Demokratie müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn wir ein gutes Leben für alle wollen. Und genau die letzten beiden Sachen, die haben mir so ein bisschen gefehlt in meiner Erfahrung in Kuba und in Venezuela. Ich finde es natürlich auch genial, dass die GWÖ eine globale Bewegung ist. Das kommt mir als mehrsprachiger Mensch, der interkulturelle Kommunikation studiert hat, natürlich auch total entgegen. Ja, cool. Du arbeitest ja aktuell zusammen mit anderen an einem ziemlich spannenden Projekt, das einen erheblichen Impact haben könnte. Kann ich mir zumindest vorstellen. Bitte erklär uns das nochmal ganz kurz. Ja, gerne. Genau, im September 2020 haben wir damit angefangen. Das Projekt heißt Curriculum-Projekt und es geht tatsächlich darum, einen Lehrplan zum Thema nachhaltiges Wirtschaften zu erstellen. Also Ziel des Projektes ist, einen anschlussfähigen Lehrplan für Schulen zu entwickeln. Und der soll aus 30 Oberthemen bestehen, sowie ausformulierten Zielkompetenzen. Und da machen wir aber, also das ist sogar nicht alles, wir wollen diese Zielkompetenzen, das haben wir teilweise auch schon, dann nochmal in detaillierte Unterkompetenzen aufschlüsseln, sodass wirklich genau und zielgruppenberecht benannt ist, was die Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Phase zum Thema nachhaltiges Wirtschaften und Gemeinwohlökonomie lernen und können sollen. Okay, was heißt denn in dem Zusammenhang anschlussfähig? Bin ich jetzt gerade hängen geblieben? Anschlussfähig, berechtigte Frage. Also es geht letztlich darum, dass sie anschlussfähig sind, auch an die aktuellen Lehrpläne. Also ihr wollt nichts ersetzen, sondern ergänzen? Genau, tatsächlich ergänzen, verfeinern, neue Perspektiven einnehmen, kann man so sagen. Mhm. Ihr habt ja zu dem Zweck die aktuellen Lehrpläne gescannt, so wie ich das verstanden habe. Was waren denn dann eure Erkenntnisse daraus und was fehlt, beziehungsweise was läuft da schief in den aktuellen Lehrplänen, eurer Meinung nach? Also es laufen nicht nur Sachen schief, es laufen auch Sachen gut, das will ich schon mal vorwegnehmen. Also ich kann so ein bisschen was zur Systematik, also quasi unsere Methodik hinter der ganzen Analyse erklären, dann versteht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Wir haben Lehrpläne aus verschiedenen Bundesländern ab Klasse 9 gescannt, schulübergreifend und auch fächerübergreifend. Hauptsächlich ging es dabei um Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer, aber wir hatten auch punktuell sowas wie Geografie oder Philosophie dabei. Hatten wir auch mit auf dem Schirm immer dann, wenn wir dachten, okay, es könnte auch relevant sein für das Thema nachhaltiges Wirtschaften. Ganz klar, also für mich ersichtlich ist, dass ein Großteil der Inhalte und Kompetenzen sich an der neoklassischen Tradition ausrichtet, also an der kapitalistischen Wirtschaftsweise, zum Beispiel Angebot und Nachfrage. Der Markt reguliert sich über Angebot und Nachfrage. Jeder Mensch ist auf der Suche nach der Maximierung seines eigenen Nutzens, um jetzt mal einfach so ganz oberflächlich so ein, zwei Beispiele zu nennen. Und diese ökonomische Tradition, diese Wissenschaftsschule ist schon sehr dominant, auch in den Lehrplänen. Und da gibt es Unterschiede je nach Bundesland. Aber so allgemein für die Lehrpläne, die wir uns jetzt angeguckt haben, finde ich, lässt sich das als Fazit ziehen. Und das passt irgendwie nicht so, weil es gibt ja noch ganz viele andere Wissenschaftsschulen, die Wirtschaft aus einer anderen Perspektive sehen und die andere Definitionen von Wirtschaft haben. Also sowas wie die ökologische Ökonomik, die feministische Ökonomik, Institutionenökonomik. Da gibt es ein bunt gefächertes Sammelsorium an Wissenschaftsschulen. Und diese Pluralität, diese Vielschichtigkeit von Perspektiven, wie man Wirtschaft verstehen kann, wird in den Lehrplänen aus unserer Sicht nicht abgebildet. Und ganz, ganz häufig, also das ist so die eine Erkenntnis. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass es für mich schon auffällig war, dass das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften und alle Themen, die damit so in Berührung stehen, oft so als Ergänzungsmodul auftaucht. Also man sieht so richtig in den Lehrplänen, das war dann das letzte Modul, das hat man dann noch hinzugefügt. Manchmal ist es sogar auch nur eine optionale Ergänzung. Dann hat es so einen Platz in der Projektwoche bekommen. Und das sagt, finde ich, auch schon viel darüber aus, dass es da einen Bedarf gibt, das systematisch einzuarbeiten. Was möchtet ihr denn da konkret jetzt ergänzen? Also was sind eure Lösungswege? Wir versuchen das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie entlang möglichst vieler Themen immer wieder im Lehrplan auftauchen zu lassen. Also es geht nicht nur darum, etwas zu ergänzen, sondern es systematisch zu verankern. Also nachhaltiges Wirtschaften ist für uns kein abgrenzbares Fach oder Modul oder eine Projektwoche, die man einmal macht, sondern wir versuchen es anhand der Lehrpläne immer wieder auftauchen zu lassen, quasi weil es eben ein Thema ist, das unsere Gesellschaft durchzieht und es sollte auch die Lehrpläne genauso durchziehen. Und jetzt mal als Beispiel, neben dem häufig beschriebenen Homo economicus greifen wir beispielsweise auch noch andere Verhaltensmodelle auf und designen andere Bildungsmethoden, die eben andere Menschenbilder als Grundlage haben. Wir sprechen über externe Effekte. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich Rohstoffe, Ressourcen der Natur entnehme und den Müll dann wieder in die Natur entlasse? Und wer trägt die Kosten dafür? Wir sprechen über alternative Eigentumsformen, Schenk- oder Tauschökonomien, ökologische Kipppunkte, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Und wie gesagt, es geht dabei gar nicht so sehr, um neue Kategorien zu schafften. Dabei, also diese Kategorien sind oft schon echt gut. Es geht vielmehr darum, systematisch unterschiedliche Perspektiven zu wirtschaftlichen Themen einzunehmen. Das fehlt meiner Meinung nach noch. Wie sollte denn dann diese Lehrinhalte ihren Weg in die Schulen finden? Und was meinst du, wie stehen die Chancen dafür? Ja, also ich glaube, ich fange mal mit der ersten Frage an. Im Rahmen unseres Projektes arbeiten wir mit verschiedenen Schulen bereits zusammen, auch verschiedene Schulformen. Insgesamt haben wir fünf Schulen, die dabei sind, aktuell. und testen jetzt in diesem Moment tatsächlich auch schon unsere Methoden, die wir zu dem Curriculum entwickeln, testen wir auch schon in den Schulen selber. Teilweise machen das die Lehrkräfte, teilweise unterstützen wir dabei. Und so kommen unsere Inhalte jetzt schon in der ersten Testphase auch schon in die Schule ab. Herbst beginnt dann eine Implementierungsphase. Und dann haben wir quasi einmal ein Schuljahr, in dem wir die Lehrkräfte durchgehend begleiten. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir hoffentlich noch viele weitere Bildungsmaterialien entwickelt, die wir dann direkt auch in der Praxis testen können. Also das ist jetzt so der kürzeste Weg gerade. Grundsätzlich gibt es für mich zwei Wege. Also einmal diesen, den ich gerade beschrieben habe. Lehrkräfte nehmen sich die Materialien und setzen das dann direkt in ihrem Unterricht um. Und dadurch kommen die Inhalte direkt in die Schulen rein, in den Unterricht rein, in die Bildungseinrichtungen. Eben weil Lehrkräfte auch eine gewisse Freiheit haben, welche Inhalte sie jetzt verwenden. Und dann gibt es noch so ein bisschen den institutionellen Weg über die Veränderung von Lehrplänen. Ich glaube, der Weg ist ein bisschen langsamer und beschwerlicher. Du hast ja auch nach meiner Einschätzung zu Chancen gefragt. Ich glaube, hier sind die Chancen ein bisschen geringer. Und sagen wir mal, es ist ein etwas steinigerer Weg, weil da ja auch oft politische Interessen bei so einer Lehrplanentwicklung mit reinspielen. Aber immer dann, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen dazu eingeladen sind, und das gibt es immer mal wieder in den Bundesländern, an Lehrplänen mitzuwirken, dann haben wir halt einen Vorschlag in der Schublade und den wir dann natürlich auch gern präsentieren. Okay. Wie bewerbt ihr das, dass die Lehrer überhaupt davon Kenntnis nehmen? Genau. Da gibt es eine Strategie, an der wir gerade arbeiten, die aber jetzt noch nicht großartig ausgereift ist. Wir sind ja noch mitten in der Entwicklung. Es gibt erste Ideen dafür. Wir haben uns zum Beispiel schon für eine Tagung angemeldet. Und das wäre eine Möglichkeit, dass wir dort unser Curriculum eben auf solchen Plattformen, Verbänden, Organisationen vorstellen. Es wird die Materialien natürlich auf unserer Website zum kostenlosen Download geben. Und wie wir das jetzt bewerben, da stecken wir so ein bisschen in den Planungen. Aber das haben wir auf dem Schirm. Ich stelle mir vor, ihr müsst ja dann auch direkt an die Schulen herantreten, oder? An ausgewählte Schulen macht ihr das? Die Erfahrung hat so ein bisschen gezeigt, dass es gar nicht so leicht ist, direkt an einzelne Schulen heranzutreten. Wir machen tatsächlich auch MultiplikatorInnen-Fortbildungen. Das heißt, wir laden Lehrkräfte zu kostenlosen Fortbildungen ein. Und oft ist das so ein Eingangstor für uns, dass Lehrkräfte sagen, wow, okay, das ist ja richtig cool, was ihr da entwickelt habt. Und das hat auch Sinn und Tiefe. Und das ist häufig eine Methode, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir langfristige Kooperationen mit den Lehrkräften und Schulen, also dass sich die dann daraus ergeben. Wie sehen denn eure Lehrmethoden aus? Kannst du da ein Beispiel nennen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube, inhaltlich wird es ein bisschen schwer, weil wir haben ja 30 Themen. Und dann müsste ich jetzt eins besonders den anderen vorziehen. Ich glaube, die sind mir alle ganz wichtig, diese Themen. Aber wir versuchen eigentlich immer erlebbare Bildung zu machen. Das heißt, kein Frontalunterricht und 90 Minuten zuhören. Das ist ja auch ein bisschen outdated, ehrlich gesagt. Sondern wir versuchen immer Erlebnisse zu schaffen, spielerisch. Also wir haben zum Beispiel viele Rollenspiele. Wir haben Planspiele. Wir berücksichtigen Bewegung in unseren Bildungsmethoden. Wir haben da einen ganzen Katalog an, so würden wir es machen, wenn im besten Szenario entwickelt. Und da versuchen wir uns immer dran zu halten. Und sonst, so grob inhaltlich, lässt es sich meiner Meinung nach schwer eingrenzen. Also es geht um nachhaltiges Wirtschaften, um Nachhaltigkeit. Ich könnte jetzt ganz viele Stichworte reinschmeißen. Aber es sind halt viele. Und genau, das große, große Thema ist nachhaltiges Wirtschaften. Und wenn du jetzt träumen könntest, was wäre so dein Wunsch? Wo soll es denn dann bis langfristig mit der Bildung hingehen? Ja, ich träume ja gerne. Also ich würde tatsächlich sagen, also ich fände es super schön, wenn Schülerinnen und Schüler einfach in die Schule gehen und was lernen für ein gutes Leben für alle. Also das quasi, Gemeinwohl kann man ja auch immer übersetzen mit einem gutes Leben für alle. Und wenn das immer quasi als übergeordnetes Ziel in der Schule stände, ich glaube, damit wäre quasi mein Traum schon erreicht. Das würde dann auch bedeuten, dass die Inhalte so ausgerichtet sind, dass wir immer diesen Gedanken im Hinterkopf haben. Das, was ich gerade lerne, führt das eigentlich zu einem guten Leben für alle? Und das geht ja schon so ein bisschen in Richtung von einer Gemeinwohlschule. Also das ist jetzt so der Traum. Wenn ich jetzt noch ein bisschen realistischer sein will, könnte ich mir auch sowas vorstellen wie, wir haben ja auch schon bilanzierte Schulen. Das heißt, wir haben eine Gemeinwohlbilanz mit Schulen. Also Schulen haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Und ich könnte mir auch sowas vorstellen, dass wir zum Beispiel, Schulen haben ja in NRW zum Beispiel auch eigene Lehrpläne. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Schullehrplan einen gewissen Anteil des Curriculums auch integriert oder irgendwie zeigt, dass diese Inhalte darin auch vorhanden sind, dass man dann eine Art Plakette bekommt oder eben, dass das Teil der Bilanzierung wird. Aber das sind jetzt, also das denke ich mir gerade aus, das ist ein bisschen Träumen gerade. Ist ja erlaubt sein. Also ich wünsche euch viel Erfolg, euch allen gemeinsam bei dem Curriculum-Projekt und freue mich sehr, dass du jetzt für die Fragen zur Verfügung gestanden hast. Ja, sehr gerne. Danke, Jan Philipp. Nicht alles, was heute als selbstverständlich und allgemeingültig hingenommen wird, ist es auch. Schon gar nicht in unserem Wirtschaftssystem. Aber wir haben die Regeln sehr früh so gelernt. Es ist aber die Aufgabe der Schule, das ganze Spektrum unterschiedlicher Theorien aufzuzeigen. Denn wir haben eine Wahl. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und eine faire Wirtschaft ist möglich.